Hi, ich bin Karin und ich bin Entspannungscoach und zeige dir, wie du dich entspannen kannst und deine optimale Technik für dich findest. Zu den bekanntesten Entspannungstechniken gehören zum Beispiel das autogene Training, die progressive Muskelentspannung, Meditation, Yoga und Fantasiereisen. Mir liegt dieses Thema besonders am Herzen, weil ich selber vor ein paar Jahren als Abteilungsleiterin sehr unter Druck stand. Deshalb nehme ich dich auf die Reise mit und zeige dir die Techniken, die mir damals geholfen haben. Autogenes Training eignet sich besonders gut in allen Alltagssituationen, zum Beispiel in der Mittagspause am Arbeitsplatz oder zu Hause auf der Couch abends oder auch bei Einschlafproblemen im Bett kann man die gut machen. In einem persönlichen Gespräch finden wir gemeinsam heraus, welche Entspannungstechnik zu dir passt. Die Vielzahl meiner Entspannungstechniken zeige ich dir in meinen Online-Workshops. Na, bist du jetzt auch so entspannt wie ich? Nein? Dann komm in meine Workshops!